Musik Das historische Sägewerk in Kallenhardt. Neue Heimat der Sauerländer Edelbrennerei. Seit 2014 werden hier mit viel Liebe und Leidenschaft Whisky, Geiste, Brände und Liköre gebrannt. Das Ergebnis? Unverwechselbare Edelbrände voller Geschmack. Musik Es ist eben wichtig, dass wir unsere Brände eben ordentlich einmaischen, dass wir den pH-Wert ordentlich haben, dass wir alles, wenn wir das Produkt fertig haben, ist es rund. Und wenn das rund ist, dann haben wir auch den Geschmack in der Flasche. Musik Im Schatten dieses Baumes, auf dem Familiengrundstück der alten Brennerei, kam einem guten Freund ein paar Jahre zuvor beim Anblick der Kallenharter Berglandschaft die zündende Idee zum Namen ihres Whiskys. Musik Und wir saßen da drunter und erhielten uns über Gott und die Welt und auf einmal stieg ein schwarzer Rabenvogel da auf. Aber Kinder, das müssen wir gar nicht diskutieren. Wir nehmen dieses Symbol, weil der Raben ist ein sehr weiser Vogel. Er ist ein intelligenter Vogel. Den nennen wir einfach Thousand Mountains McRaven. Und da waren sie alle sehr froh und fröhlich drüber. Musik Und der wird in aromastarken Rotwein- und Börbrenfässern gelagert. Musik Die Schatzkammer der Edelbrennerei. Hier entfaltet der McRaven seinen kräftigen Geschmack nach Vanille, Malz und grünen Früchten. Produktion und Lagerung ganz nach schottischem Vorbild. Musik Wir sind dort ja in vielen Destillen gewesen, haben, sind drauf gefahren bis in die Highlands, waren dort im Highland Park. Was mich hier fasziniert hat, war halt diese Unterschiede im Whisky. Musik Von der Lagerung her, vom Alter, von der Fasslagerung, wie unterschiedlich hier auch Aromen oder auch Geschmack durchkommt. Musik Sich Zeit nehmen, genießen, Freunde treffen. Die Sauerländer Edelbrennerei präsentiert ihre Brände immer in stilechter und gemütlicher Atmosphäre, ob im Tasting- oder Smoker-Room. Musik Die Leidenschaft fürs Brennen hat auch die nächste Generation der Familie gepackt. Die vier entwickeln neue Rezepte und sind ständig auf der Suche nach den besten Rohstoffen aus regionalem Anbau. Musik Frei dem Motto, vier Freunde, eine Freude, geben sie alles für die Qualität ihrer Produkte. Den Bränden der Sauerländer Edelbrennerei. Musik 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 Musik